Okay, und jetzt gibt es zwei verschiedene Arten an Spielen, die man machen kann. Conquest Game, das ist halt quasi dieser tausend-Level, tausendjährige Feldzug. Das Erfüllen der Queste. Genau, und Custom Game ist, dann kann man sich selber ein Spiel zusammenstellen und auch Custom Game, dort kann man dann, glaube ich, auch wieder gegeneinander spielen. Was wir jetzt heute nicht machen, ich würde vorschlagen, wir machen Conquest Game und dann legen wir doch mal los. Ja, dann klicke ich doch mal drauf. Ich finde den Mauszeiger im Wartemodus sehr lustig. So, Ebene Nummer 0. Landscape ist Fertile, also fruchtbar und uns stehen begrenzte Effekte zur Verfügung. Wir können Land auf- und abbauen. Und zwar überall. Überall, ja, im Gegensatz zum ersten Teil. Wasser ist fatal, sprich, wenn einer reinfällt, säuft er ab. Und wir können eine Flammensäule erschaffen. Genau, zeig mal, was die anderen, also wenn du draufklickst, sieht man, was es ist. Ein Cursor. Ja, was warte, er muss doch nachladen. Ach, Diskette. Ja. Könnte einer der Vorteile sein, wenn man es auf Festplatte installiert. Dass er nicht so viel nachladen muss. Ja. Also, er müsste jetzt eigentlich nur... Nachgeladen haben. Irgendwas hat er gerade getan und dann hast du nochmal geklickt. Ah, 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 ah. Help, Requester. Raise or lower. Let's your alter land on the close-up map. Ja, okay. Das war jetzt irgendwie uns klar. Was sind die anderen Sachen? Das ist pepstlicher Magnet. Genau. Place Pable Magnet. Das ist Ritter. Perseus. The most intelligent of the heroes. Stimmt. Genau, und der geht auch um Fallen drumherum. Ja. Fällt auch nicht in so einen Flöcher. Und das ist Armageddon, nehme ich an. Armageddon, genau. Also, das übliche Portfolio, das wir auch aus dem ersten Teil schon kennen. Neu ist die Flammensäule. Ja, dann machen wir doch mal weiter. Fangen wir an. Fangen wir an. Fangen wir an. So, oh, Achtung. Jetzt kommt noch eine Frage von Zeus. Wie viele Statuen wurden nach diesem Bildnis gebaut? Ja. Werf doch mal einen Blick in das Handbuch. Werf doch mal einen Blick in das Handbuch. Das ist nämlich der Kopierschutz. Also, die Diskette ist nicht kopiergeschützt. Man kann alles, man kann es auf Festplatte installieren. Aber jetzt im Handbuch sind so kleine Köpfe hier drin. Jetzt muss man das Richtige suchen und finden. Das hat zwei Augen. Irgendeine Muster sortiert oder? Musst du einfach blättern. Halt, das ist er doch. Das stimmt, das ist er. 1701. Ohne verdammtes A, B, C, D oder E. Ja, dann schauen wir mal, welche Enterprise das jetzt wird. Ob unser Unternehmen dort erfolgreich sein wird? Ja. Juhu. Und wir sehen gleich, es ist alles etwas flotter. Die Leute sind flotter unterwegs. Es reagiert flotter. Das Wasser bewegt sich. Und die Musik ist atemberaubend. Genau. Also, da muss ich natürlich sagen, da gab es ja wenigstens diese sphärischen Klinge bei Populous 1. Hier ist jetzt einfach nur noch Herzschlag und Effekte. Genau, die Pfeile sind an der Karte und du kannst mit den Cursor-Tasten auch dich bewegen. Oh, guck mal. Mein Mana ist schneller voll als beim ersten Teil. Das ist ja... Es geht alles etwas flotter einfach. Rechts oben sehen wir übrigens so eine Arena, wo sich die Anhänger versammeln. Und das wird sich dann so langsam von beiden Seiten füllen. Und wer schneller mehr Anhänger versammelt, also mehr Macht hat, der... Ist im Vorteil. Ist im Vorteil, genau. Ja, das war im ersten Teil einfach nur dargestellt durch die beiden Balken, durch den blauen und den roten. Und das finde ich hier insgesamt sehr viel hübscher, muss ich sagen. Von der ganzen Grafik her und auch von der Hintergrund-Story, wir hatten es eben schon mal angerissen. Während Populus I so mittelalterlich irgendwie angelegt war, auch mit dem Ritter und so, ist es hier wirklich nach den griechischen Göttern mit griechischen Städte, Paläste und sowas angehaucht. Also sehr, sehr stimmig alles, auch von der Grafik her. So, dann kann ich jetzt mal die Zeit nutzen, während der Markus das Land plättert, um mal zu lesen, was denn hier hinten draufsteht und worum es eigentlich geht. Als ein Abkömmling des allmächtigen Göttervaters Zeus bestehst du auf einem Platz unter den Göttern. Doch bevor du deinen Sitz auf dem Olymp einnehmen kannst, musst du 32 der mächtigsten Rivalen besiegen. Lerne das Firmament mit Blitz und Donner zu zerfetzen und die Erde mit Flammen zu versenken. Rufe Helden herbei, um dein Volk zu retten und vernichte den Feind mit Seuchen und Plagen. Beschwere Tornados, Hurrikane, Sturmfluten und Flammensäulen herbei. Eine wahrhafte Herausforderung für einen Gott. Eine monumentale Aufgabe für einen Sterblichen. Was für ein Epos. Genau. 35 übernatürliche Effekte. Erschaffe deinen eigenen Gott. Entwirf deine eigenen Städte. Volle Bildschirmanzeige. Also wir sehen, das Interface ist deutlich reduziert und der Platz ist jetzt größer. Für die eigentliche Karte. Antike Monster, einschließlich Medusa und Kraken. Das gibt es auch noch. Die ziehen doch noch über die Karte und pflanzen dir irgendwelche Bäumchen und so. Das weiß ich nicht genau. Ah nein, die Medusa versteinert deine Leute, wenn sie vorbeikommt. Ja. Billionen von Welten zur Eroberung. Mut im Betrieb für zwei Spieler. Vielleicht auch, wenn wir jetzt mal drauf schauen, diese Fähnchen, an denen kann man nämlich ganz gut sehen, wie viele Einwohner das hat. Ja, ich muss immer schon das Gebäude hier kleiner machen, damit die Leute sich nicht in ihrem Riesenpalais ausruhen. Genau, also du siehst, wie mächtig die Stadt ist und je weiter oben die Fahne ist, umso mehr Leute sind drin. Und wenn die Stadt voll ist, also die Fahne ganz oben ist, dann läuft einer raus. Und wie Markus es eben schon gemacht hat, können wir natürlich nachhelfen, indem wir die Stadt kleiner machen. Dann ist weniger Platz und dann gehen Leute raus zum Siedeln. Aber die Stadt wird natürlich dann auch schwächer und ist feindlich in Angriffen wehrloser ausgesetzt. Allerdings in dieser Phase des Spiels gibt es eigentlich kaum Angriffe. Und ich sehe... Ich könnte jetzt aber schon mal eine Flammsäule in das feindliche Territorium schicken. Dann mach das doch mal. Da kann ich nämlich hier unten durchblättern zwischen den verschiedenen Effekten, die ich hervorrufen kann. Die Auswahl ist relativ überschaubar noch. Du siehst, der ist gleich zu Asche zerfallen. Und wo die Flammsäule lang geht, da brennen die Häuser ab. Und da wächst auch kein Gras mehr. Und ja. Das war effektiv. Da ist schon wieder eine Stadt abgefackelt. Und da macht sich gleich ans Reparieren, wie man hier sieht. Die Säule wird von uns übrigens nicht gesteuert. Der Weg ist allein zufällig. Das ist der Nachteil daran. Das ist halt noch ein relativ schwaches Spruch. Äh, relativ schwaches Wunder, Entschuldigung. Und irgendwann verlischt sie. Oder wenn sie ins Meer stürzt, dann ist es auch vorbei. Genau. Oder was man als Spieler natürlich auch machen kann, ist um die Säule herum das Land wegzubauen. Und sie somit gezielt ins Wasser zu setzen. Genau. Das ist auch die einzige Möglichkeit der Flamme tatsächlich Herr zu werden. Wenn man denn mal im eigenen Reich sowas zu bekämpfen hat. Ja. Oder du kannst, das glaube ich, gibt es nicht auch quasi Gegenwunder, die du wirken kannst? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also irgendwie kann man die kombinieren. So, ich gucke mal weiter in der Anleitung. Hier am Anfang sind auch die Entwickler vorgestellt. Peter Molyneux zum Beispiel, Alter 33 Jahre. Wunschtraum, trotz akuter Megalomanie ein normales Dasein zu fristen. Lieblingsspielzeug, japanisches Schreibzeug-Etui mit Tasten- und Einspritzmotor. Lieblingsmusik beim Essen von Süßspeise. Melancholische Symphonien von Gustav Mahler. Ja, 33 war er da. Das war 91, dann ist er jetzt so, ja gut. Älter. Könnte, könnte langsam die Rente anpeilen. Ja. Ja gut, über Gottes haben wir ja das letzte Mal schon gesprochen. Und ich glaube, es ist nicht besser geworden seitdem. Ja. Ich gucke nur mal, ob es, also es ist insgesamt etwas überschaubarer geworden oder auch besser strukturiert. Wir haben rechts, also auf der linken Seite kann man zwischen diesen verschiedenen Götterfertigkeiten wechseln. Da haben wir am Anfang gesehen, was uns zur Verfügung steht. Und auf der rechten Seite haben wir Gehe zum päpstlichen Magneten. Dann, genau, dann haben wir ganz normal Land absenken, in die Schlacht ziehen. Das ist, glaube ich, ich schaue nochmal, aber ich glaube, das war das Vereinigen. Irgendwo muss ich das doch hier, muss das doch erklärt werden. Ich glaube, sammeln, ja. Du kannst auch Leute rausschicken, ohne das Gebäude kleiner zu machen. Um einen Wanderer von einem Gebäude auszuschicken, zeigen sie auf die Mitte des Gebäudes und klicken sie mit dem rechten Mausknopf. Ja, Tatsache. Dann spart man sich das ständige Hoch- und Tiefbau dort. Siehst du, da links kannst du zum Beispiel auch einen losschicken. Da ist noch einer. Ja, oder auch da. Und da, siehst du, überall, da geht doch was. Da geht was. Ja. Siehst du, das macht es doch deutlich einfacher. Ich mache jetzt mal einen Ritter, damit wir den ersten Level mal so ein bisschen... Damit es mal vorwärts geht hier. Damit es mal vorwärts geht hier. Ja, weil der Gegner, der siedelt mir da ein bisschen viel. Der hat lauter kleine Bretterbuden hier. Guck mal, der kann keinen schönen... Das ist kein Landschaftsarchitekt, ja. Der hat hier nicht mal die verkohlte Erde abgetragen. Und wir sehen auch, dass wir im göttlichen Stadion schon deutlich mehr Anhänger haben als er. Ja. Ich suche jetzt gerade meine Leute, die sich sammeln. Das ist Kolosseo. So, guck mal. Jetzt sehen wir hier unseren... Der hat direkt erst mal gesiedelt. Der hat direkt gesiedelt. Und das Frage... Genau, Fragezeichen. Das war das, was im anderen, das mit dem Schild war. Ups. Ja. Und das ist der Game Request, mit dem man dann auch das serielle Spiel aufmachen kann. Damit hast du jetzt ja alles ausprobiert. Dann bräuchte ich die Seite im Handbuch nicht mehr suchen. Du kannst mal gucken, wie ich das Fragezeichen wieder loswerde. Ja. Okay. Schön. Die Spiele von damals sind irgendwie auch auf ihre Art intuitiv. Ja. Du kannst auch mit einem Nummernblock kannst du auch dich bewegen. Jetzt hat es Ping gemacht. Hast du einen Gott, einen Helden erschaffen oder hat der Gegner das gemacht? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber hier ist viel Rot. Ach, guck mal, der sammelt hier. Hm. Hm. Ob ich die treffe? Tiii. Ja. Es tut mir jetzt fast leid. Hm. Das hier ist Sammeln, ne? Nein, das ist Bauen. Das ist Sammeln. Das ist Verein. Das ist Verein und das ist zum päpstlichen Magneten gehen und dort sammeln. Gut. Ja, das war doch schon mal nett. Das hat schon wieder gepinkt. Guck mal, da ist die Welt zu Ende. Ja? Geht nicht mehr weiter scrollen. Was machen die Leute? Bauen kleinere Häuser. Ja. So einfach ist das. Genau. Also wenn du mal ans Ende der Welt stößt, baue einfach ein kleineres Haus. Ja. Wir sehen also insgesamt alles deutlich von der Grafik, deutlich detaillierter, auch mit mehr Animationen. Wir sehen päpstliche Magneten, haben jetzt Animationen und sowas. Also da muss man sagen, da hat sich echt was getan. Ich könnte ja mal als Armageddon ausrufen. Könntest du auch machen. Guck, es müsste ja eigentlich reichen. Ja. Ach komm, mach fertig. Musik? Unglaublich. So, sie sammeln sich. Und kloppen sich schon. Und jetzt können wir rechts oben sehen, wie sich seine Anhängerschar lichtet. Was sind das hier für Baumhürten? Aber das sieht doch ganz, ja, hier wie so ein Fußballfilter oben die Ecke. Ja, und bei ihm da dieses durchlöcherte. Kraut und Rüben. Sodom und Kumara. Land completed by good in 106 days. Allzu leicht. First leader died. One. Okay. Ja, dann. 13.000 Punkte. Das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel. Ja, wir haben jetzt auch noch nicht viel gemacht. Oh. Und jetzt gibt es Erfahrungspunkte. Ja. Hey, du sollst nicht knausern. Vielleicht gibt es doch keine Erfahrungspunkte. Doch, einen. Ich glaube, jede Figur hier gibt es ganz schön mies. Hm. Einen. Ja, dann würde ich mal sagen, weiter mit Conquest. Mal, können wir jetzt nicht den Erfahrungspunkt gleich ausgeben? Steht das hier nicht? Na gut, dann stürzen wir uns wieder. Also Armageddon bei... Jetzt sind wir Nummer 3. Also wahrscheinlich hätten wir es mit einem anderen Ende lukrativer gestalten können. Okay. Ich meinte, mich erinnern zu können. Das heißt, wenn du nochmal einen Baum anzündest... Ja, so gezielt kann man die nicht setzen, die Flammen. Wenn du es nochmal versuchst, zumindest... Oh ja. Ja, ja, ja. Und schon brennt der.